102 Mal kommen glaube ich von mir, Alter. Ich weiß nicht, wie gut es ist, mit den Raiden in Rennen zu fahren. Ah, danke, fühle ich. Was hast du denn für einen Wagen? Porsche. Ach du Scheiße. Wie ohne Kollision. Oh, ne. Doch. Ah, doch. Oh, gut, das war ja. Ja. Boah, die Strecke ist ekelhaft mit dem Auto. Okay. Ich wieder komme mit irgendwie Hintergrundmusik, was ist da denn los? Boah, die fällt ganz nach voll vergessen mit dem Wagen. Wohin mit dir, Alter? Ja, ist schon gewonnen, Alter. Mein Auto hat keine Bremsen. Mein Auto hat keine Bremsen. Mein Sonne. Das ist ja zu zweit richtig ekelhaft. Ich will gar nicht wissen, wenn du das mit voller Lobby fährst. Acht Leute können ja maximal mitfahren. Das muss ja richtig ekelhaft sein. Vier Runden. Vier Runden. Ach du Scheiße. Ja, weil die recht klein aussah. Scheiße. Es sind zwei. Kann bis zu 30 Runden hochgehen. Digger, wer fährt denn das 30 Runden? Meine Ahnung. Gibt ordentlich ERP. Wenn du so ein, ähm, wenn du so ein anderes Rennen, was nur im Kreis geht. Diese, wo meistens in der Luft sind. Wie heißen diese Scheibe? Wie heißen diese Scheibe Rennen? Huch. Ja, guck mal. Deiner kommt direkt raus, weil der eine Allra alt ist. Aua. Ohne, Alter. Bei Santona wäre das bestimmt nicht so schwierig gewesen, um die Höfen zu kommen. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Da muss ich den T20 fragen. Der ist dreckig, was anfahren betrifft. Ja, der geht richtig ab. Sag mal, gibt's bei einer Rennen nicht irgendwie die Hintergrundmusik oder so? Hm? Gibt's bei einer Rennen nicht immer so Hintergrundmusik oder so? Ja. Fuck, wo ist die hin? Vielleicht haben sie hier nicht mehr hier reingemacht. Jetzt muss ich die Radio für mich selber anmachen. Ah, ich riech zu viel. Kannst du nicht sehr ruhig für mich? Ich mag das nicht. Ja. Gewonnen hast du auf jeden Fall du, Alter. Außenbau ist jetzt noch ein Unfall. Weil hier brauchst du auf jeden Fall Allrad, weil Heck. Du brichst hier in jeder Kurve aus. Ich fahr einfach ziemlich langsam in die Kurven rein. Ja, ich auch. Na gut, Porsche war noch nie das Yellow vom Säck. Sobald ich über Gras fahr, zack. Mich dreht's. Mich erzählt das mal in derselben Kurve raus. Ich krieg's zu viel. Wohin mit dir? Weg. Weg. Soviel zum Thema. Ich hab gewonnen, ne? Wo ist ihr sowieso noch? Hm, hm. Jedes Mal hafst du mich irgendwo gegen. Das ist aber komplett unbeabs... Aua! Unbeabsichtigt. Das war jetzt mit pure Absicht. Hab ich gesehen. Digga, wo ist deine Front hin? Meine Front, die ist ja noch dran. Doch, bei mir ist mein Auge richtig schön. Es hat nur ein paar Kratzer. Es zeigt halt weiter an, rücksichtlos zu fahren. Du holst so oder so jedes Mal auf, weil mich tritt sowieso gleich bin ich, wie du das Gras fahr'n hier. Ah, ich beschleunige viel zu schnell raus. Da bist du aber eben bekannt. Ja. Auf jeden Fall. Die Kurve krieg ich auch nie. Ja, ich würd grad nicht für Speedstyle machen oder warum die Kurve kratzen. Ne, ne. Okay. Oh, Gott. Hm, scheiße. Das gibt's nicht die ganze Zeit erst und in der letzten Runde kacke ich wieder rein, aber ich krieg' zu viel. Sechs Minuten. Hm. Ich hasse Rennfahren. Ja, 26.000 ist recht. 20.000, ja gut. Boah. Ich krieg' zu viel. Mein Widerfall. Ich hasse Rennfahren. Ich kann das überhaupt nicht. Ich kann's, das Problem ist halt, man braucht halt das richtige Fahrzeug. Gefällt mir. Nö, gefällt mir nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, doch kein... Ach nee. Aber ich find' 3000 RP schon wehlich. Dafür, dass es Doppel-RP-Woche ist. Ah, wie viele Runden? Zwei, drei. Mal zwei. Neunneunzig. Nein. Du hast neun, okay. Nein. Du hast neun, okay. Du hast neun, okay. Du hast neun, okay. Da leucht' ordentlich. Am meisten bringt er wahrscheinlich über Lebenskante oder so. Ich hab' mir gehabt schon wieder. Eigentlich war's gelände wegen, also... Jetzt, äh. Sand King, geht in. Getunt. Biff da. Nein, ich kann wieder nicht auf dich wetten, Alter, ich wette auf mich selber. Ich wette auch auf mich selber, tausend. Wer wettet nie auf dich selber? Warum, wir verlieren es so oder so nicht? Die wetten wir in Indie angenommen, weil wir zu wenig Zweite sind. Ich habe gar keine Sicht im Ding. Ja klar, wir haben auch einen Zitter, ich bin überzeugt. Tschüss. Boah, Alter, ist das sehnstabil. Wie er davonzieht. Das ist ein kleiner Panzerwagen, Alter, Hilfe. Ich bin stark. Junge hier, Alter, what the fuck? Hm. Komm nicht hinterher. Alter, das Ding hat übel Speed und geht übel gut in die Kürbel rein, heilige Scheiße. Meins auch, aber sobald ich zu krass reinlenke, kriebt das einfach um. Nexpul vagant. Aha. Kenn ich nicht. Nie von gehört. Ich kenn's auch nicht. Aber das sind nicht mal ein Geländewagen, Alter. 1600p, eine Klasse für sich. Hoch. Krass. So war ich mit dem Wagen gut Hindernisse überfahren. Hm. Weltrekord, jawoll. Was? Ja, 1,24. Neue schnellste Runde. Rennblondine, neue Tätowierung. Geil. Das ist ja ganz wild. Ich krieg dich nicht mal, Alter. Guck mal, wo du wegziehst. Rekordhalter. 1600rp. Wir spielen das erste Mal, Alter, hat direkt schon den Rekord nicht so ein bisschen gespielt. Ja, weil das wahrscheinlich noch keiner gespielt hat und deswegen ja noch keinen Rekord aufgestellt hat. Ich warte auf die ganzen Morder. Hm. Sobald die PS4 in den Boden gestampft wird. Ja. Neuer Rekord, 1,23. Jawoll. Wettrekord, 1,18. Was? Ja, Moin. Und 1600rp. Ja, Moin, Alter. Guck mal, wer hinter dir ist. Digga, wie hast du jetzt so schon aufgeholt? Rekordhalter. Okay. Rennblondine. Ja, ich bin nirgends reingefahren. Hilfe. Ich könnte dich die ganze Zeit überholen, hab so lange, dass du mir den Weltrekord komplett kaputt machst. Ja, ich bin stark. Versuch mal ganz kurz nochmal einen neuen Weltrekord aufzustellen. Und damit hast du gewonnen. Aber 1,18 ist schon krass. Oh, ja. Da ist aber noch einer vor dir. Jetzt hab ich kurz die Orientierung verloren, damit du hast wieder gewonnen. Ich könnte kotzen, Digga. Ich hasse es. Das ist jedes Mal in den letzten Runden. Das ist jedes Mal in der letzten Runde ist, ne? Ich krieg einfach zu viel, Alter. Ich war aber 1,10 vorm Ziel. Aber die Zeit geht viel zu schnell. Wieso? Was ist der Rekord gerade? Ich glaub 1,18,68 oder so. Jawoll. Ich verlieh mal wieder die letzte Runde. Ja, super, Digga. Ich hab gar keinen Bock, Alter. Ich wichsende, wichsende, wichsende Runde, Alter. Ich hasse es, Alter. Ich hasse es. Ich will gerne den Weltrekord sehen. Jedes Mal diese verfickte letzte Runde, Alter. Was ist das denn für eine Scheiße? Neuer Weltrekord erreicht. Ach, Weltweiter Rekord. Geil. Aber ich bin Level Up. Ich bin jetzt ja bis 86. Ich bin auch Level Up. Ja, es ist es. Weißt du, die ersten beiden Runden... Ohne Witz, das ist immer bei dir so. Richtig gute Runde und dann letzte Runde so... Wettverlust, 1.000 Euro. Ach, jetzt wurden die Wetten gezählt für... Na Digga, das macht doch ein... Das hält... Jetzt sind wir in 600. Weiß und sonst immer... Hm... Bei letzter Runde... Nee. Traktion vom Auto... Null. Nee, gefällt mir nicht. Blöde letzte Runde schon wieder. Ich konnt kotzen. Die Motorradrennen sind so geil. Sorry, dass ich wieder zugesucht bin. Eigene Fahrzeuge eingeschränkt. Online... Online-Bestenlisten. Was sagen denn die? Sowas gibt's. Ja, natürlich gibt's Online-Bestenlisten. Naja, wer ist gerade beste? Wer hat die krasseste Runde geschafft? X-Rix gegen... 4... 52... Rennzeit. 1,34. Beste Runde 1... Beste Runde 1,31. Ah, Bruder. Das Einzige, der das Rennen gefahren ist? Jo. Krass. Komm, den schlagen wir. Der wird alleine ein Rennen. Trauriges Leben hat er. Keine Freunde. Hör du vor, dass sie gerade schläft, Alter. Sonst wäre ich jetzt richtig gerade abgelenkt. Wäre doch gut für mich. Enduro. Ja, aber schlecht für mich. Enduro. Enduro. Halt bitte einfach deinen Maul. Dankeschön. Oh, die triggert mich, diese Hupe. Oh Gott. Ich hasse Motorradrennen. Wenn ich's nicht abhole, Alter, ich lass doch so'n Radio laufen. Fick dich. Fick dich. Warte, ich dachte, ich kann nicht treten, Alter. Oh, Weltrekord ist jetzt bei 1,30. 1,24, wuhu. Knack das hier, Pisser. Würde ich gerne. Ich sterbe die ganze Zeit. Ich sterbe einfach random. Ich fahr nicht mal gegen irgendwas. Wenn man stirbt, kriegt man einfach Bonuszeit obendrauf. Ja, Bruder, der Junge schon wieder Weltrekord halte. Na, hör, wie lang? Dass du eine unfallfreie Runde fährst, und mir wird die letzte Runde versorst. Dafür müsste ich eine komplett saubere Runde fahren. Das ist... eine Wahrscheinlichkeit von einer Kartoffel, dass ich die braten könnte. nothing mehr. Das ist... ... ... ... Ich fliege immer zu weit, Alter. Na, schade. Da habe ich... Bei der letzten Kurve habe ich mich voll verbremst. Gut, das ist sowieso kein weltweiter Rekord jetzt. Da ich vorhin die Kurve nicht gekriegt habe. Wie nah du jetzt schon da dran bist, ich kriege zu viel. Boah, das war mal eine saubere Kurve. Boah, endlich mal rausgeworfen. Das war, ohne Witz, das war gerade so eine saubere Runde. Ich war bei einer Minute da vorne in der Kurve. Sonst bin ich da mal bei 1.10 angekommen. Ich hätte gerade einen scheiß Weltrekord machen können. Nee, dieser scheiß Baum spawlt einfach von meiner verfickten Fresse. Ich hasse GTA mit ihren Scheiß-Spawns, Alter. Hm, die Karte liegt mal bei dir, weil du hinten bist. 20 Jahre später. Nichts kann einen mehr triggern als so eine Scheiße. Online-Bestenliste. Hm, wer ist denn wohl ganz oben? Ich ja nicht. Hä, ich bin ganz oben? Da ist was vor allem. Ich habe da drauf Bock. Oh, warte mal ein paar. Oh, warte mal ein paar. Oh, warte mal ein paar. Oh, warte mal ist. Untertitelung des ZDF, 2020